Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim achten Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute mit einem Buch, wo ich schon fast ahnte, als ich es sah, dass es ein Highlight werden könnte. Und zwar von Emily Henry, Verliebt in deine schönsten Seiten. Wir haben hier nämlich zwei Autoren, die aufeinandertreffen, Gus und January, die beide so ein bisschen in einer Schreibblockade stecken. Er selbst schreibt an und für sich Belletristik, etwas ernstere Romane. January ist aber eher so die klassische Liebesromanautorin und beide treffen sich, weil ihre aktuellen Schreibdomizile mehr oder weniger nebeneinander sind. Und sie unterhalten sich und sie beschließen, ja, einfach mal die Rollen zu tauschen. Sie macht sich an seinem, ja, etwas ernsteren Roman zu schaffen und er versetzt sich jetzt im Grunde in sie als Liebesromanautorin und versucht sich daran. Und beide merken, dass das gar nicht so einfach ist, wie sie anfangs dachten. Und so entwickelt sich auch eine Art Freundschaft zwischen den beiden, obwohl sie doch auch Themen aus der Vergangenheit haben, die sie beide aufarbeiten müssen, sowohl miteinander als auch jeder für sich. Und wer jetzt so denkt, das ist so ein ganz klassischer Roman, wo es eine Liebesroman-Geschichte darum dann irgendwie gibt, der täuscht. Denn es ist viel, wie mehr als eine Liebesgeschichte oder gar eben auch einfach so noch mit einer Freundschaft gepickt. Es war so viel Leben in dieser Geschichte, die mich einfach umgehauen hat. Sie hat mich sehr, sehr begeistert. Auch wirklich die beiden Protagonisten haben mir super gut gefallen, die eben mal nicht so richtig 0815 waren, sondern sehr tiefgründig waren, Veränderungen im Leben wahrgenommen haben und eben auch einfach mitgegangen sind mit ihren Entscheidungen, mit ihrer Lebensgeschichte. Und da eben auch einfach gemerkt haben, es gibt eben Probleme, es läuft nicht alles rund. Und das finde ich einfach schön als Message und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zudem haben wir eben Autoren, die wir erleben. Und das ist natürlich für uns Leser wahrscheinlich immer sowieso super spannend zu erleben, wie entstehen denn Geschichten. Und wie beide eben aus ihrem Leben irgendwie zähren und daraus dann Geschichten basteln oder eben genau das Gegenteil davon machen. Fand ich wirklich ein großes, großes Kino. Es war ein Miteinander, das mir unglaublich gut gefallen hat. Das war January, die selbstbewusst war, die tough war, die aus ihrem Leben irgendwie auch gelebt hat, aber die eben durchaus auch ihre Probleme hat mit der Vergangenheit und dann eben auch mit Gast, den man eben wohl doch auch schon aus früher kennt. Und auch er selbst, der doch manchmal sich so ein bisschen, ja, in sein Haus flüchtet und dafür auch gute Gründe am Ende hat. Und ja, wie beide sich so ein bisschen aus ihrem Leben herausziehen, aus dem Steckenhaus und eben auch einfach so miteinander dann leben. Und das war richtig, richtig schön. Es ist nichts von 0 auf 100. Es ist eine langsam erzählte Geschichte. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes zwischen den Zahlen, wie ich fand. Und es hat eben von beiden auch die schönsten Seiten sozusagen herausgebracht. Und es war eine Geschichte, die sehr tiefgründig war, die sehr emotional war, die aber auch wunderbar locker leicht war, die tolle Dialoge hatte, die auch von dieser Leichtigkeit so ein bisschen gelebt hat, obwohl es eben doch an mancher Stelle vielleicht ein etwas schwereres Thema war. Und das hat mich wirklich unglaublich begeistert in diesem Buch. Und wir haben eben auch ein bisschen was Humorvolles, aber eben auch was Ernsteres und zudem eben wirklich auch zwei Charaktere, die mich sehr, sehr begeistert haben, von denen ich damals sehr geschwärmt habe und auch heute noch schwärmen möchte. Und ich einfach das Gefühl hatte, man ist hier so dabei. Also man sitzt mit denen auf der Terrasse und hört denen zu, während sie über ihre Bücher sprechen, die Leidenschaft von Worten und eben auch des Geschichtenschreibens, aber natürlich auch des Lesens und wie unterschiedlich beide eigentlich sind und doch verbindet sie eben was. Und dass das eben im Leben ganz häufig so vorkommt und man manchmal einfach nur die Gemeinsamkeiten suchen sollte und nicht immer das, was uns irgendwie unterscheidet. Und ja, jetzt werde ich hier schon viel zu tiefgründig, aber ja, ein großartiges Buch, was mich super, super gut unterhalten hat und ich sehr happy bin, dass ich es schon in den Händen halte, dass es als Highlight auch schon direkt im Grunde bei mir eingezogen ist und ich da einen guten Riecher hatte und mich einfach sehr gefreut habe, dass ich es entdeckt habe und ich wirklich großen Spaß an dieser Geschichte hatte und es wirklich nur empfehlen kann, wer eben auch einfach mal ein bisschen was anderes lesen möchte als das Klassische, was man in den Liebesromanen oder Lebensromanen irgendwie hat. Und ja, absolute Empfehlung. Und das war jetzt auch schon das achte Türchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Genießt den 8. Dezember. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.